Freuen Sie sich auf eine neue Folge Kochen mit Anixe Gumanns schnelle Küche. Heute geht es um Chicorée und zwar nicht als Salat. Jörg, worauf können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Wir schmoren heute zusammen einen Chicorée im Backofen mit Orangenbutter und dazu machen wir noch einen leckeren Skrai bzw. Winterkabeljau. Deswegen unbedingt einschalten. Kochen mit Anixe Gumanns schnelle Küche. Samstags um 19 Uhr auf Anixe HD Serie.